Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist Donnerstag. Heute ist der 7. April 2022. Es ist 7.47 Uhr. In 15, 16, 17, 18 Minuten habe ich meinen ersten Termin. Heute mit Micha. Der ist wieder da und da werden wir ein paar Sachen besprechen und mal hören, wie es geht. Und ich freue mich sehr, schon immer wieder zu hören und zu sehen. Ich habe ihn zwar gestern im Teammeeting schon mal kurz gesehen, aber so ein direkter persönlicher Austausch, dafür war irgendwie keine Zeit. Termin auf Termin, Schlag auf Schlag. Heute sieht es auch gut gefüllt aus, aber das wird schon werden irgendwie. Kaffee ist gekocht, den hole ich mir auch gleich und dann rolle ich wieder rüber an den Arbeitsrechner. An meinem Hintergrund kann man erkennen, dass es gestern etwas basic war. Ich habe gestern von 18 bis 20 Uhr Elite Dangerous gespielt, zusammen mit Jermaine. Und wir waren kämpfen und ich habe einen Anfängerfehler begangen. Ich habe auf ein NPC-Schiff gefeuert, was noch nicht zu Ende gescannt war. Selbst wenn der Scan im Ergebnis ergibt, dass der gesucht ist, in dem Moment, wo ich darauf schieße und es noch nicht weiß, kriege ich eine Strafe verpasst. Ja, und dann bin ich erst in die Station, in dem System, wo wir waren. Die haben uns gesagt, ja, ja, komm, flieg rein, kein Problem. Und dann, oh, du bist ja gesucht, raus hier, wir wollen dich hier nicht. Das war ein bisschen aufregend. Also ein bisschen sehr aufregend. Der Puber war, glaube ich, sehr enttäuscht über mein Know-how zu Elite Dangerous. Nach 1200 Stunden, habe ich, glaube ich, bei Steam, dem sind die Finger, haben die Finger geglüht. Der hat gestern in die Tasten gehauen wie nichts. Aber am Ende war es doch ganz angenehm, zwei Stunden mal ein bisschen wieder in Elite zu verbringen, ein bisschen Zeit mit Jermaine zu verbringen. Und ich habe, glaube ich, immerhin sechs, acht, acht, neun Millionen Credits gemacht. Naja, kann man mal machen. Ja, ansonsten, gestern war Mittwoch, gestern waren auch wieder ein paar Termine. Ja, morgen geht es ins Büro. Ich werde aber sehr wahrscheinlich dann nur Vormittag da sein und dann so gegen zwölf Uhr eins in der Hause laufen und dann von zu Hause aus weiterarbeiten. Morgen habe ich eine Vorstellung eines unserer Tools, was wir letztes Jahr in Kooperation mit einem anderen Fachbereich entwickelt haben. Und das will ein Vertreter der Stadt Berlin jetzt sehen. interessant, jemand aus der Politik. Da geht es auch irgendwie um Verkehr in der Stadt, innerstädtischer Verkehr, Güterverkehr und so. Und ja, da kann ich dann mal zehn, 15 Minuten erzählen, was wir da gebaut haben und vielleicht noch die eine oder andere Frage beantworten. Ja, mehr habe ich eigentlich nicht, würde ich sagen. Mehr habe ich nicht. Ich werde jetzt meinen Kaffee hinterpfeifen, mal die E-Mails durchgucken. Ich habe gestern noch so eine zwei Kilometer lange Mail geschickt. Naja, nicht ganz, aber fast. Und dann schauen wir mal. Dann schauen wir mal, was der Tag heute so mit sich bringt. Und eben kam die Benachrichtigung in 15 Minuten. Ist ein, ist eins Telco. Gut, ich hoffe, es geht euch gut. Habt einen wunderschönen Donnerstag. Wir hören uns morgen beim nächsten täglichen Vlog. Heute gibt es keinen Stream. Heute ist Stream-Pause. Ich habe ja Montag, Dienstag, Mittwoch jetzt gestreamt. Morgen wird es auch keinen Stream geben. Morgen mache ich Off-Stream Deep Rock Galactic mit Leon und mit Jermaine. Und dann ist Film gucken und dann mal gucken. Und Samstag, Sonntag ist dann wieder Ghost of Tsushima und Horizon for Bidden West. In diesem Sinne würde ich sagen, sind wir knapp über vier Minuten gerade drüber. Ich hätte schneller reden sollen. Ich muss jetzt noch die Zeit bis fünf Minuten füllen. Was kann ich denn noch erzählen? Kamalun hatte ich schon erzählt, oder? Dass da der Drucker kaputt war und jetzt der Auftrag storniert wurde und wir keine Magneten haben. Ja, ich glaube schon. Wir sind ein bisschen noch an meinem Stream Deck rumgebaut, dass ich jetzt über Stream Deck die Ausgabequelle ändern kann und nicht in die Software von Wavelink rein muss. Das kann ich dann so hin und her switchen. Ja, war gestern einkaufen. Ja, hab gestern die zweite Folge von Moonlight geguckt. Die dritte ist ja noch gar nicht raus. Und jetzt bin ich weg. Ich wünsche euch was. Habt einen wunderschönen Donnerstag. Lasst euch nicht ärgern, bleibt gesund und bis bald.